Und? Ist dir klar und bewusst, was du von ganzem Herzen tun willst? Ist dir klar, warum du hier auf dieser Erde bist? Ist dir bewusst, was du besser kannst, als jeder andere hier auf diesem Planeten? Ganz ehrlich, mir persönlich ist klar, was ich von ganzem Herzen beruflich tun will und was ich kann. Mein Name ist Andreas Dämon und ich bin der Geburtshelfer für Lösungen und ich bin der Erfinder des Zufriedenheits-Video-Coachings, mit dem ich dir helfen kann, selbstbestimmt und frei dein Leben zu leben. Doch ist dir auch klar, was du von ganzem Herzen willst und kannst? Ich möchte dir sehr, sehr gerne helfen herauszufinden, wer du bist. Und zwar auf der Basis von dem, was du von ganzem Herzen willst und was du kannst. Und dafür möchte ich mich gerne mit dir ein bis zwei Stunden gerne unterhalten und mit dir herausarbeiten aus den drei Kreisen wollen, können und sollen. Wer du im Kern bist, anhand deiner Lebensgeschichte und was du wirklich willst und was du besser kannst, als andere. Lass uns gemeinsam die Schnittmenge aus deinem Wollen und Können herausarbeiten und den Punkt herausfinden, wo du dieses Wollen und Können, was nur dir persönlich zugestimmt ist, genau da einzubringen, wo du es tun sollst. Wenn dich das interessiert, schau dir doch einfach mal die folgenden Videos an, von den Menschen, die schon bereits mit mir zusammengearbeitet haben. Und wenn dich das inspiriert, würde ich mich freuen, wenn du mit mir einfach Kontakt aufnimmst und wir einfach mal schauen, ob ich dir auch in ein bis zwei Stunden helfen kann, damit du erfährst, wer du bist, auf der Basis von dem, was du von ganzem Herzen willst und was du kannst. Dein Andreas Delmon, der Geburtshelfer für Lösungen. Schreib mich einfach jetzt an und wir unterhalten uns, ob ich dir helfe.